Auf alle Sportarten, die ich mache, haben es mit Gravitation zu tun und ich glaube, das ist einfach die stärkste Kraft, die Achse, um die sich alles dreht. Mit Schwerkraft verbinde ich die Anziehung und man kann es halt auch so sehen, dass man sich als Kletterer dann von der Felsmasse angezogen fühlt. Ohne Schwerkraft wäre unser Sport ziemlich langweilig. Und sich mit der Kraft zu messen, ist für mich natürlich eine Riesenmotivation. Ich fühle mich, dass ich die Gravität in allen Zeiten verfehle. Gravität ist ein Punkt, weil ohne Gravität keine Kletterer sind. Und wir wären ohne Schwerkraft nicht viel lang auf diesem schönen Fleck der Erde.